Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe die Vergessene von Karin Slaughter als Hörbuch gehört. Wie es mir gefallen hat, erfahrt ihr jetzt. Karin Slaughter's Die Vergessene ist ein düsterer Thriller, der in die Tiefen eines 40 Jahre alten Mordfalls eintaucht. Die Geschichte von Andrea Oliver und ihrem Kollegen Beibel bietet fesselnde Momente und ein faszinierendes Puzzle aus Vergangenheit und Gegenwart. Andrea, frisch gebackene US-Marshal, wird in einen Fall aus den 80er Jahren hineingezogen, in dem die schwangere Emily Vaughn auf brutale Weise ermordet wurde. Andrea und Beibel sollten eigentlich Bundesrichterin Esther, die Mutter von Emily, beschützen. Es gibt jedoch einen weiteren verdächtigen Todesfall auf einer Farm. Slaughter verwebt meisterhaft gesellschaftliche Probleme jener Zeit mit der Dunkelheit des Verbrechens. Besonders beeindruckten mich die Zeitsprünge und der Einblick in das damalige Rechtssystem. Das Hörbuch bietet durch die zwei Erzählstränge eine packende Reise durch die Vergangenheit und Gegenwart mit einer unterschwelligen Spannung, die bis zum Ende anhält. Es behandelt einige Themen, von denen eines nur oberflächlich angesprochen wird. Hier hätte ich mir gerne mehr Einblicke gewünscht. Trotz kleinerer Schwächen bietet die Vergessene eine eindringliche Darstellung eines Cold Cases und zeigt, wie skrupellos Menschen sein können. Das spektakuläre Finale traf genau meinen Geschmack. Abstriche mache ich lediglich bei der ausführlichen Charakterdarstellung, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln wiederholt wird. Fazit Die Vergessene ist ein spannender Thriller, der die Abgründe der menschlichen Natur beleuchtet. Obwohl die Geschichte einige kleinere Schwachstellen aufweist, vermochte sie mich dennoch zu fesseln. Das Hörbuch ist ein Muss für Fans von Karin Slaughter. Das Hörbuch erhält von mir vier Sterne. In der Videobeschreibung habe ich eine Auflistung aller Charaktere des Hörbuchs bereitgestellt. Habt ihr das Hörbuch schon gehört? Und wie hat es euch gefallen? Das würde mich interessieren. Schreibt doch bitte einen Kommentar. Hörbuchsprecherin Nina Petry hat mir gut gefallen. Eine Hörprobe habe ich euch hier verlinkt. Wenn dir die kurze Rezension gefallen hat, dann gib bitte einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass bitte ein Abo da und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich immer über neue Hörbücher informiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.